Woanders wo liegt? Die Frage ist, wo war sie? Wo? Ich meine, ich höre sie auf jeden Fall. War sie da in dem Gang? Ach, ich will mich ja eigentlich gar nicht weiter bewegen. Aber da liegt ein Wasserfall, das heißt, da war ich noch nicht. Versuch, dich zu erinnern, Chicken. Oder versuch, zu hören, auf welcher Ohrseite das Geräusch ist. Ich höre sie. Ich habe Angst. Ich glaube, da in dem Gang. Ich habe Angst. Oh, ich weiß nicht. Scheint sie nicht zu sein. Ich bin ja einfach nur raus. Ich bin ja einfach nur raus. Ich habe gerade wieder so eine Paranoia, dass, ne, was kommen wird. Rappi, lass es aufhören! Äh... Ja. 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 Ach, da kann ich ja einfach da hinten hinrennen. Da müsste noch mein Seilpfeil hängen, ne? Ja, da muss ich nur treffen. Falls ich verfolgt werde! Ja. 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 Ich habe gerade wieder... Ah... Ich werde paranoid. Ja, da ist sie. Ich werde ganz sicher nicht im Gang sprechen, aber da habe ich, glaube ich, auch zwischengehört. Das heißt, da könnte auch eine sein! Garret! Mann! Warum hast du so Probleme, darüber zu klettern? Puh! Puh! Da hinten ist dieses Monstale. Ich habe das Gefühl, da im Gang ist auch eine gegenüber der Fackel. Oh... Komm her und ich werfe ein Feuerpfeil auf dich. Aber Gicka, wenn du ihn wirfst, dann ist er voll ineffizient! Du musst ihn abschießen! Kommt da was? Anscheinend nicht. Ich kann doch von hierher auch nichts erkennen. Ich weiß, dass da um die Ecke auf jeden Fall eine ist. Ich meine, ich höre dieses Zwischengeräusch, was die machen, auch aus dieser Richtung. Oder? Es kann auch sein, dass es nur von hier kommt. Ich glaube, es kommt nur von da. Ich glaube, das ist das Zwischen von ihr. Wenn ich jetzt nicht treffe... Dreh dich um! Irgendwie dreht sie sich immer in meine Richtung, wenn... Ich ist in meine Richtung gedreht, ne? Nee. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? So. Wirst du jetzt noch einen Zwischenschicken? Anscheinend. Das heißt, hier rennt noch irgendwo einen rum. Dann ist die wirklich in dem Gang. Ah, ich höre es hier zischen. Ich will das nicht. Ich habe sechs neue Smacker Arrow. Ich weiß auch nicht genau, wo sie rumgurkt. Was ist das Problem? Aber ich weiß, wo ich nicht mehr rumgurke. Noch ein Seilfall. Okay. Okay. Oh, ich habe mich nicht verhört. Ich habe mich nicht verhört. Hier ist ein Feuer-Elementer. Ich wollte schon sagen, dieses Geräusch kam mir sehr bekannt, von was ich da gerade gehört habe. Hallo, Feuer-Elementer. Ich bin ja auch so einige Male an dir gestorben, ne? Erinnerst du dich an mich? Eigentlich nicht. Soll ich zu dir kommen? Das letzte Mal, als ich zu einem Feuer-Elementer gegangen bin. Ich sollte das auf jeden Fall löschen. Dann habe ich größere Fläche, mich anzuschleichen. Schön, da oben ist wieder ein Gaspfeil. Gaspfeil. Nicht hoch genug. Ja. Nicht hoch genug. Jetzt habe ich irgendwie beim Leuten keine Geräusche gemacht. Strange. Mhm. Aber anscheinend geht da jetzt gerade nachgucken, was dieses Geräusch der löschenden Fackel verursacht hat. Beziehungsweise. Oh, der Grafikfehler hier. Seht ihr das? Naja, der Feuerelementor müsste jetzt wieder zurück an seinem Platz sein. Oh, der Feuerelementor müsste jetzt wieder zurück an seinem Platz sein. Oh, der Feuerelementor müsste jetzt wieder zurück an seinem Platz sein. Nee, da war das, wo ich gestorben bin. Mit den vier Rattenmenschen und dem Mantis. Irgend so ein Stern. Okay. Wasserfall. Wasserfall. Liegen da auch welche? Hm. Jetzt müsste ich eigentlich wieder voll sein. Na, das sollst du wegstecken. Kommt dieses Geräusch vom Gasbein? W출an ich hin. sofort minus 8. Was ist großartig? War kaputt? Es ist großartig, aber Bas. Wir klauen.